Und wer sind Sie? Agostino Celli, der Erfinder. Guten Tag. Sag mal, hast du nicht gestern ein Loblied auf die Polizei gesungen? Oh, ein Loblied? Nein, es geht um einen Bankraub. Du singst doch jetzt. Aber nicht im Freien. Heute ist Maskenball bei Scotland Yard. Der Bobby kriegt ne Nase, der Billy einen Bart. Der Eddie kriegt ne Brille, der Freddy einen Stock. Große Razzia, heute 7 o'clock. Heute ist Remy, Demi in Soho. Bei Automaten Teddy und Diamanten Joe. Der dritte Mann im Bunde, der schöne Eduard. Packt er aus bei Scotland Yard. Ja, die Knickknacken, Brothers knacken. Heute einen Panzerschrank. Soeben kam der Funkspruch. Aller Mann zur Westendbank. Und so fährt der ganze Scotland Yard. Der Bobby mit der Nase, der Billy mit dem Bart. Der Eddie mit der Brille, der Freddy mit dem Stock. Zu besagtem Häuserblock. Yeah! Heute ist Maskenball bei Scotland Yard. Mit Nase und mit Brille, mit Stock und auch mit Bart. Die Polizisten steigen von hinten in die Bank, wo die Gangster bohren am Schrank. Ja, die Knickknacken, Brothers schwitzen. Viel zu lange sind sie hier. Doch nach tausend Ängsten endlich, öffnet sich die Panzertür. Und da sitzt der ganze Scotland Yard. Der Bobby mit der Nase, der Billy mit dem Bart. Der Eddie mit der Brille, der Freddy mit dem Stock. Und das ist ein schwerer Schock für Automaten Teddy und Diamanten Joe. Für die Knickknacken, Brothers aus Soho. Weißt du was? Wenn ihr heute Abend wieder sendet, machen wir alle mit. Ja! Ich sage dir, das Programm hat eine Sensation. Aber im Fernsehen wird das nicht drauf. Das könnt ihr mir überlassen. Ihr macht das Programm, ich sorge für die Sendung. Ja!